auf mein kommando schließt die reihen halte durch männer stehe bereit standen schließt die reihe die manches gefallen halte durch männer feindlicher angriff da ist wieder immer gefallen das ist nicht gut sollten wir wieder beleben bevor die rolle auf die idee kommt wieder wandern zu gehen auf meinen befehl auf mein zeit mit männer verstanden wir werden angegriffen auf meinen befehl zu befehl für die ohne war weise wo war machen bäuche voll wir muck war dienen großer muck war großer muck war den dem ich gerne kann ich aber noch nicht tragen dazu fehlt mir noch ein halbes level und ich hätte mir sparen können die zwergen wurde zu kaufen ernsthaft ja du bist halt noch in benutzung schwere kugspunst schwere klingenwaffen klinge waffen sofort katei urio ok vorwärts ich habe das aber nur auf fünf bis jetzt ja das heißt ich kann das teil nicht nutzen den da nehme aber gerne das ding wieder das ist doch irgendwie gefühlt besser auf mein kommando folgt mir das heißt wir können hier noch mal durch polzen mal gucken ob wir hier noch wenigstens bis zu dem strich hier was an level rausholen können wir brauchen ja nicht mal mehr ein ganzes viertel wir sind schon ein bisschen über den strich dann halte männer verstärkt die deckung das ist ein hinterhalt schließt die reihen sie werden angegriffen schlagt sie zurück sie sind überall feindlicher angriff ja gut ein bisschen was können wir raus wollen sehe ich linien müssen halten schlagt sie zurück schlagt sie zurück schlagt sie zurück das ist ja Das ist ein Hinterhalt. Schlagt sie zurück. Das ist ein Hinterhalt. Schließt die Reihen. Schließt die Reihen. Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Verstärkt die Deckung. Vorsicht, Gegner. Und der hätte ja eigentlich was, um so was schnell tot zu machen. Schnell! Und los! So, und da ist Spawn schon wieder neue. Dann lassen wir die ruhig Spawn. Mugwa groß! Mugwa weise! Mugwa machen Bäuche voll! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Ja, die meiste Karte ist jetzt wieder unsichtbar. Nee. Und los! Sofort! Gut, ein paar sind Spawn. Vor allem Level 9er. Und 8er. Schnell! Männer geben in erster Linie die Erfahrungspunkte. Mir nach! Für die Rune! Und los! Folgt mir! Für die Rune! Das ist ein Hinterhalt! Schlagt sie zurück! Halte durch, Männer! Halte durch, Männer! Versucht's nur! Ich stehe bereit. Schlagt sie zurück! Feindlicher Angriff! Sie werden angegriffen! Versucht's nur! Dann schlagt sie zurück! So, beide Durchmänner! schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Folgt mir! Vorwärts! Für die Freiheit! Oh, mich mal heil! Auf mein Zeichen! Schnell! Zum Angriff! Die Linien müssen halten! Für die Rune! Vorwärts! So, dann lassen wir sie mal wieder zurückfallen, damit sie wieder spawnen kann. Oh, ihr auch! Oh! Vorwärts! Vorsicht, Gegner! Feindlicher Angriff! Versucht's nur! Schlagt sie zurück! Zum Angriff! Feindlicher Angriff! Auf mein Zeichen! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Ja, das klappt wirklich recht gut. Und los! Für die Rune! Jetzt, um hier ein bisschen zu leveln, muss ich schon sagen. Auf meinen Befehl! Schnell! Gibt uns vor allem Degen auch ein bisschen Zeug. Oh, die Trolle sind schon wieder... Vorwärts! Folgt mir! Für die Freiheit! Versucht's nur! Bereit! Folgt mir! Auf meinen Befehl! Okay, warten wir wieder auf ein bisschen Respawn. Hier! Zum Angriff! Auf meinen Befehl! Auf meinen Befehl! Auf meinen Befehl! Und los! Ich hoffe, es macht euch nichts aus, meine lieben Zuschauer, wenn wir die Aufnahme-Session jetzt wirklich noch nutzen, um das Level zu machen. Auf meinen Befehl! Das wäre nämlich sehr praktisch. Versucht's nur! Für die Rune! So wartet! Schließt die Reihen! Geht so in Gefahr! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Stehe vor Ehre, Aonius! Feinde machen! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Wohlen Krieger zu mir! Feindlicher Angriff! Wohlen Krieger zu mir! Feinde! Versteigt die Deckung! Schickt sie zum Seelenfluss! Schließt die Reihen! Gerade so Tempelwächter zum Beispiel. Das bereust du! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Hat nicht da! Halte durch, Männer! Verstärkt die Deckung! Also ja, wenn wir wirklich den Rest der Aufnahme-Session noch nicht zu leveln. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! Das ist ein Hinterhalt! Stehe bereit! Schickt sie zum Seelenfluss! Bereit! Folgt mir! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Ja! Das habe ich natürlich irgendwie nicht bemerkt. Was auf dem Weg? Alles klar! Okay, ich kann die Elfen nicht... Alles klar! ...einfach alleine lassen. Auf mein Kommando! Und da kommen nämlich... ...da neue Skelette einfach... ...und töten sie. Auf mein Zeichen! Schnell! In die Schlacht! Bereit! Und los! Und ein bisschen mehr Feuerpower ist sowieso nicht verkehrt. Auf mein Befehl! Kämpft Männer! Ja! Ja, wie gesagt, schade, dass sie nicht mehr respawnen, die Elfen. Bereit! Für die Rune! Kommt hier! Feindlicher Angriff! Auf meinen Befehl! Folgt mir! Für die Freiheit! Wäre aber wahrscheinlich auch ein bisschen zu, im Bar. Oh ja, wir haben wieder einen guten... ...Balk an Gegnern. Ja, vorwärts! Zu Befehl! Vorwärts! Krieger! Auf meinen Zeichen! Für die Freiheit! Hier! Verstärkt die Deckung! Für die Freiheit! Und los! Packen wir mal alles in eine... ...Kämpft Männer! Sofort! Mir nach! In die Schlacht! Tag nicht nach! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Brune! Zu Befehl! Und vorwärts! Krieger! Feindlicher Angriff! Das verschlägt die Deckung! Okay, geht's zurück. Sie sind überall! Schließt die Reihe! Heute durch, meine Care! Krieger! 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 Krieger!